Bevor dieses Video losgeht, möchte ich euch ganz kurz nur anmerken lassen, dass ab 19 Uhr, also jetzt in einer Stunde, die neue Ola Cala-Kollektion rauskommt, also Isolation. Checkt's auf jeden Fall ab, Link unten in der Beschreibung. Kuss auf den Nuss, Support ist kein Mord. Schnappt euch die Pieces, bevor die alle weg sind. Wer ist auf jeden Fall nicht nüchtern? Ich? Ich hab die richtige Ausrüstung schon eingekauft. Ich auch nicht. Kein Problem. Ich kenn den. Tim, Zübel 20 und du bist es. Frag Marcel Scorpions, wie das geht. Bitte, Leute, wenn ihr einfach da kurz umgesprochen habt, wenn ihr am allerliebsten Sprachwendungen habt, wie zum Beispiel, machen wir einen Schmuck dann. Riecht ihr das? Es ist sehr, sehr wichtig, dass man im Fitnessstudio natürlich das passende Outfit anhat. Ich bin nach Jahrzehnten mal wieder im Fitnessstudio, ich würde mal sagen. Ist das Spendien? Ja. Ist das eigentlich die Ola Cala-Kollektion? Ich weiß nicht, Ola Cala hab ich bei den Trainingsjeans rausgehauen. 10 von 10, Digger. Ich war schon 10 Jahre nicht trainiert. Ich pack's um keine Bauke mehr. Es ist halt wichtig, dass man halt langsam sein Gewicht steigert. Ich muss leider was sagen und zwar hab ich's mal wieder geschafft. Ich hab tatsächlich diesmal gesnitscht und zwar hab ich Amar kontaktiert und ich hab mit dem halt geschrieben und hab einfach mal zu ihm gesagt, ja gut, der hört gar nicht zu, oder? Sorry, wir sind sie. Ich würde ganz gerne hier nicht in irgendwelchen Videoaufnahmen auftauchen, ja? Ich bin hier privat. Oh nee. Alles Gute zum Geburtstag an Jutzer. Spendie, 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 boy. Hast du getankt? Ich hab den Tank voll. Du hast den Tank voll. Revi, versuchst jetzt auch ein Drop-In reinzumachen hier. Also, ich hab Digger den... Perfekt, Digger. Danke dir. Bist du mit dem Ding hier gefasst? Digger, ich hasse einfach zu gehen, deswegen bin ich auch so fett. Fang, 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 fang! Guck mal, Marc, ich weiß, dass du sagst, das macht den falschen Eindruck, dass man immer da, wo du bist, gibt's Corona-Extra-Bier, aber wir können's ja nicht beeinflussen. Nie, Digger, das ist einfach so ein inneres Feeling, weißt du? Ja, du hast aber auch durchgehend einfach Bier in der Hand. Ja, das ist wirklich so, ne? Oh, warte mal, ganz kurz, Digger. Ganz kurz. Entzündet den Tornado! Habt ihr das schon mal gesehen? I'm not a man, I'm a hurricane. I'm a tornado man. Do you want a banana massage? Wait a minute, we're looking for a dancer here. Ich komme hierher, ich denke mir so, ich freue mich extrem auf die Halfpipe. Die Leute, die Jungs hier, haben einfach mal kein Skateboard am Start. Das ist natürlich optimal. Ja, jetzt mal gucken, ich hoffe, dass Revy noch rechtzeitig kommt. Dann gibt's noch eine kleine Session. Ey, ey, ey guck mal. Sogar die Halfpipe hier ist gescriptet. Sogar die Halfpipe ist gescriptet? Ja, die Halfpipe, dass ich jetzt rauchen gehe, ist gescriptet. Er hat mir gerade nämlich vor drei Minuten gesagt, Ron, geh mal einen rauchen, damit er gerade in dieser Position sein kann, mich aufnehmen kann, den Content abzusnitschen. Und jetzt gehe ich rauchen und wisst ihr, was passieren wird? Er wird mir hinterherlaufen. Ey, falscher Script, das ist ein anderes Script. Ja, perfekt Digga. Dieser Mann mit der Rettung. Digga, die Achsen davon sind noch weicher als deine Oberschenkel, Alter. Nicht weich. Also Leute. Jetzt geht los. Brandy, Bro. Mach mal Close-Up, Bro, ja? Mach mal Close-Up. Stört das? Warte, warte, lass mich. Mach mal Close-Up. Lass mich kurz droppen. Hier wurde gerade eben ein Tornado nach dem anderen gezogen. Und der Gute hier zählt einfach in der Ecke. Normal, Junge. Ohne Scheiß jetzt. Ich habe dich vielleicht 15 Minuten lang gesehen und in 15 Minuten waren es schon vier Tornados intus. Und ich merke schon, nachdem du das runtergeschluckt hast, die Nüsse, die du gerade isst, dass du schon wieder eigentlich Bock hast, noch eins zu entzünden. Ja. Ich merke es. Ja. Okay. Digga. Nein, nein. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich zieh mir deine Videos immer rein, Digga. Ich zieh mir deine auch immer rein. Weißt du warum? Weil ich immer, wenn ich nicht da bin, euch sehe, mich zu Hause entzünden auch einen Taunig, Digga. Tornados zünden, hat einen Stellenwert hier mittlerweile, oder wie? Entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte gerne nicht in diesen Videoaufnahmen auftauchen. Ich persönlich bin zu privaten Anlässen hier. Ach so. Entzündet den Tornado. Oh. Oh, Junge, Nova. Hier wird nur geflüstert. Gibt es hier irgendwas zu snitchen? Schaut mir her, Jungs. Ich persönlich investiere mein Geld lediglich in einen thesaurierenden ETF. Wie sieht es bei dir aus, Ron? Ach, weißt du was, wie es bei mir aussieht? Ron, ich muss dir eine Sache sagen. Wenn du heute nicht investierst, dann verlierst du ganz wichtige Renditen. Weißt du, was ich mein, Ron? Ist so erkältet? Gut. Ron, äh, kennt den leider noch nicht. Aber Nico kennt den. Was meinst du? Ist das so knapp? Er macht es seit seinem letzten Livestream. Er will immer unbedingt jemanden in eine unangenehme Situation reinbringen, aber er schafft es bei mir nicht. Ja. Hey. 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 Ron. 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 Ron, bitte. Auf der Seite. Guck mal, hier ist ein Loch. Ron, Ron, Ron. Oh Gott. Das ist viel zu sicher. G1 höher, Mann. Ja. Nein, Ron. Nein, Ron. Ron, Ron, Ron. Oh Gott, scheiße. Bro. Wenn, dann machst du auf der Seite leist den Wiesenlaufen. Weißt du, wie das geht? Ich bin noch nie scared. Aber ich will mir halt die Nase brechen. Dann einfach nach vorne nehmen. Einfach nach vorne nehmen. Ja. Ist hier ein Krankenwagen hier in der Nähe? Nein. 3, 2, 1. Und? Ey, Bruder. Das war nicht die geilste Zeit geplant. Ich brauche ein bisschen Sicherheitsabstand gelöst. Ja. Ja. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue. Was mache ich hier? Wir waren gestern in einer kleinen Kneipe oder Bar, was auch immer. Und die zwei Personen vor mir wollen Beweis machen, dass ich einen Kater habe. Die Frage ist, wie soll ich einen Kater haben, ohne gesoffen zu haben? Meine Freunde. Mein Bester. Wie soll ich einen Kater haben, ohne gesoffen zu haben? Alles gut bei dir? Ey, du sahst gestern gar nicht mehr gut aus. Benni. Ich muss dir gar nicht sagen. Nach deiner Nacht. Gestern warst du auf einem Level. Da hast du selber nicht mehr geschafft zu scripten. Dir ging es gestern auch nicht so gut, oder? Ich war nüchtern. Jetzt bisschen Energie sammeln, oder was? Warum deine Scheiß-Kamera weg, Digga? Ich bin kurz davor. Ich möcht's nicht sagen, ja. Für den entspannten Flug, lassen wir Massagegarten. Spendig, Digga. Ich bin am Arbeiten. Wir lassen uns gerade so ganz gemütlich da massieren und alles drum und dran. Und verraffen halt komplett den Flieger. Und die warten jetzt nur noch auf uns. Perfekt, Digga. Ich hoffe, euch hat dieser Blog auch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben. Da schreibt was in den Kommentaren für den Algorithmus. Vielen, vielen Dank für jeglichen Support, was zurzeit wirklich abgeht. Ich kann es eigentlich... Ich kann mich nur wiederholen, jedes Video. Dankeschön. Viel Liebe geht raus. Lasst Liebe da. Spread love. Stop hate. Keine Ahnung was ich für Scheiße laber. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Blog. Macht's gut und bis dahin. Dann haltet die Ohren steif, ihr kleinen Schlawitzkos. In Germany we say... Guuuuuuuuuuuuuuuuuut Muah!